Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder natürlich auch ein Follow bei Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes, denn heute gibt es die Review zur vergangenen UFC Fight Night. Marvin Vittori vs. Kevin Holland hatten wir im Main Event und zum Main Event komme ich später. Fangen wir erstmal ganz nochmal bei der Main Cut an. Mike Perrys Performance war grandios, wie viel Mike Perry ausgehalten hat. Er hat die Schläge auf jeden Fall sehr gekonnt, mit seinem Kopf geblockt und ich glaube mit Mike Perry ist es so langsam vorbei. Mich persönlich hat es ja tatsächlich ein bisschen gewundert, dass Mike Perry überhaupt noch in der UFC ist. Es gab ja diesen Skandal, dass er da einen Mann in der Bar ausgenockt hat und ja, sowas haben wir schon mal über McGregor gehört, aber McGregor konnte einen Mann in der Bar nicht ausknocken. Mike Perry schon, aber da war der Mann in der Bar auch so ein bisschen selber schuld. Der hat da sehr wüste Beleidigungen geschimpft, aber dann gab es ja noch die Sache, dass Mike Perry ein Unternehmen bezahlen wollte, das in seiner Ecke ist, quasi ein Werbedeal und allgemein hat sich Mike Perry einige Dinge geleistet, wo ich dann am Ende des Tages doch überrascht war, dass er trotzdem in der UFC geblieben ist. Mal schauen, wie es weitergeht. Dann hatten wir Mackenzie Dern. Sie hat ihr brillantes Brazilian Jiu-Jitsu gezeigt. Mackenzie Dern ist für jeden in der UFC eine Gefahr. Eine wahnsinnig starke Kämpferin. Ich meine vier Submissions-Siege jetzt in Folge und das ist wirklich der Wahnsinn. Wobei ich sehe gerade, nein, nicht vier Submissions-Siege in Folge, aber vier Siege in Folge. Dreimal davon Submissions in Runde 1 und allgemein die letzten vier Submissions, die Mackenzie Dern gemacht hat, hat sie alle in der ersten Runde gefunden. Einfach der Wahnsinn. Julian Marquez hat Sam Elvey besiegt. Arnold Allen hat Zodik Yusuf besiegt. Zodik Yusuf hat er viel zu spät in diesem Kampf gefunden. Arnold Allen war wahnsinnig schön, steht jetzt 17 zu 1 und ist auf jeden Fall ein UFC featherweight, was man im Auge behalten sollte. Schade für Zodik Yusuf, von dem ging man aus, das wird der nächste große Star. Gemeinsam in einer Reihe hat man ihn gestellt. Mit Usman, mit Adesanya und Engano, eben mit diesen ungeschlagenen oder fast ungeschlagenen Kämpfern aus Afrika. Zodik Yusuf steht jetzt leider 11 zu 2 und hat da einen kleinen Rückschlag in seiner Bilanz. Im Main Event hatten wir Marvin Vettori gegen Kevin Holland und Marvin Vettori ist ein super guter Fighter, sah im Stand aber schlechter aus als Kevin Holland und das, obwohl Holland vor drei Wochen schon mal im Main Event stand. Holland ging jetzt innerhalb von drei Wochen insgesamt zehn Runden, das ist wirklich beeindruckend. Also Holland hat mich in diesem Fight viel mehr beeindruckt als im Kampf gegen Derek Brunson und ich hoffe, dass wir ihn auch weiter sehen werden. Klar, es war jetzt nicht seine beste Performance und Holland seine größte Schwäche ist nach wie vor der Boden. Der Bodenkampf ist für Holland katastrophal, denn da will er nicht hin, da hat er keine Antwort. Das haben wir auch schon gegen Derek Brunson gesehen, aber im Stand, da hatte Vettori kaum eine Antwort. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht es nach diesem Sieg für Vettori weiter? Kämpft er gegen Darren Till, wenn er wieder gesund ist? Kämpft er gegen Paolo Costa? Kämpft er gegen den Sieger aus Whittaker gegen Gaslund? Das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt bald Whittaker gegen Gaslund. Ich würde gerne Whittaker dann gegen Adesanya sehen. Das ist einfach the fight to make. Ich will gar nicht darüber reden, ob Vettori gegen diesen Sieger kämpfen soll. Vettori kann gerne gegen Till kämpfen, wenn er gesund ist. Vettori kann auch gerne gegen ein Paolo Costa kämpfen. Aber lasst Whittaker diesen Titelkampf, wenn Whittaker dann gewinnt. Aber zu dieser Prognose komme ich ja erst am Dienstag, das wisst ihr ja. Auf jeden Fall hat Vettori gewonnen. Die große Hoffnung für Europa, wenn es um die UFC geht. Italiens UFC-Hoffnung. Und dann würde ich sagen, entlasse ich euch in die kommende Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Folgt WeLoveMMA bei Instagram. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.